Herr Sixtus, es bietet sich Ihnen hier and now die einmalige Gelegenheit zu investieren. Und zwar... Wir machen ein Start-up. Wir, das sind in diesem Fall ich und ein paar ausgedachte Partner. Und das soll ich finanzieren? Was tun Sie überhaupt? Wir sind ein Social Micro Tablet Paid Real Time Gaming Search Location Based Aggregation Mobile Music Super Network. Wir sind das nächste Twitter und das nächste Facebook zusammen. Und womit verdienen Sie Geld? Wir machen gleichzeitig Google und der katholischen Kirche Konkurrenz. Aber womit verdienen Sie Geld? Wir rechnen mit der Ablösung des derzeitigen Marktführers Microsoft in vier Monaten ab Markteinführung. Market Leadership by Time to Market Reducing. Interessant. Wie verdienen Sie denn Geld? Natürlich verdienen wir Geld. Und wie? Details, Sixtus, das sind Details. Wichtiger ist doch Innovation durch Innovation. Market Power in Power Markets. Für den Gewinn. Und alles ist mit viel Internet programmiert. Aber wofür soll das denn gut sein? Das haben Sie bei Twitter auch gefragt. Und bei Hustensaft. Wer will denn sowas? Das war bei Twitter und bei Hustensaft auch nie ganz klar. Sowas wird doch nur von zweifelhaften Minderheiten nachgefragt. Wie Hustensaft und Twitter. Das ist doch bloß eine Mode, die wieder vorbeigeht, genau wie dieses Internet. Nein! Aber das ist doch völlig nutzlos. Und Geld wird dafür auch niemand bezahlen. Doch! Das mag ja alles ganz gut sein. Aber es ist einfach noch nicht gut genug. Und viel zu teuer. Stimmt ja gar nicht. Aber schwächere Charaktere als ich können damit nicht umgehen. Er hat dann einen noch schwächeren Charakter als Sie. Die Umgangsformen werden damit völlig verwahrlosen. Jetzt halten Sie doch einfach mal Ihre bescheuerte Fresse, Sixtus. Ihre Teufelserfindung wird unsere Denk-, Lese- und Schreibkultur verändern und schließlich zerstören. Hä? 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 Ich war... Entschuldigung, ich war gerade abgeleh... Was haben Sie gerade? Aber machen Sie auch eine iPhone-Applikation? Eine? Wir machen 100! Wir sind im Deal. Hier ist nie Geld! Wir sind im Deal. Ich habe mich über die